Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Coding Challenge. Und ja, heute nochmal auf dem alten, bekannten Weg, nachher gleich in PyChamp. Davor lasst mich euch noch ganz kurz hier das Morpheus Coding Challenge Interface nochmal kurz vorstellen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, sehr viele Challenges zu machen. Sehr viel, dazu kommen wir gleich dazu, aber ihr könnt hier Challenges machen, Punkte dafür bekommen und die tatsächlich direkt im Browser in sehr vielen verschiedenen Sprachen auch einfach direkt lösen. Das heißt, ihr müsst vorher nichts installieren und könnt hier einfach ein bisschen üben. Das Ganze gibt es natürlich hier auch mit einem Leaderboard, natürlich auch für die jeweiligen Challenges und natürlich auch für die Hello World Challenge, für alle Challenges im Endeffekt. Das einzige Manko, was die Seite meiner Meinung nach hat, ist bisher, wir haben nicht genug Challenges und ich bin mega eingespannt mit Videos für euch produzieren. Natürlich, damit ihr immer mehr neuen Content habt. Deswegen natürlich hier jetzt auch mein Aufruf an euch. Ihr könnt uns die Challenges schicken und bekommt dafür einige Coins. Alle Infos findet ihr natürlich in der Beschreibung, aber auch hier in diesem Coin- oder Balance-Dialog. Ihr bekommt dann quasi von mir einen Coupon-Code, wenn ihr so eine Challenge bei uns einschickt. Und ja, natürlich müsst ihr mir die per E-Mail schicken. Warum? Naja, ganz einfach. Wenn ihr die öffentlichen GitHub-Repository reinmacht, dann wäre es ja keine Challenge mehr für die anderen, oder? Deswegen hier an der Stelle sei gesagt, das muss natürlich in dem Sinne geheim bleiben. Ansonsten wäre es halt keine Challenge mehr. Okay, aber ja, ich würde gerne mit euch diese Seite hier sehr, sehr groß machen und auch sehr stark wachsen lassen. Und natürlich kommen hier noch mehr Challenges auch von unserer Seite rein. Wir arbeiten da dran, auch an möglichst innovativen Varianten, diese Challenges hier darzustellen. Aber aktuell ist da natürlich ein bisschen ein Bottleneck drin im Erstellen von den Challenges. Also wenn ihr uns da helfen wollt, dann immer gerne her damit. So, und bevor wir jetzt zur Challenge kommen, eine Sache habe ich noch für euch, und zwar die FHDW. Denn ich habe ja schon Videos gemacht über Ausbildung versus duales Studium versus Fachhochschule versus Studium an der Uni. Und ja, viele von euch fanden das duale Studium super interessant, wussten aber nicht, wie sie da am besten anfangen können. Und hatten vielleicht auch zum Wintersemester, ähm, letztes Wintersemester, also dass das jetzt gerade läuft, nicht die Gelegenheit, sich komplett da zu bewerben. Das hat ja im Oktober angefangen. Und naja, für viele war das ein bisschen knapp. Gerade mit Corona kann ich komplett verstehen. Deswegen, die FHDW bietet euch ein duales Studium an. Ähm, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Und zwar, duales Studium heißt, ihr habt drei Monate Studium, drei Monate eben an der Hochschule, aber auch danach die drei Monate im Unternehmen Praxis. Und das ist quasi ein Semester für euch. Dadurch seid ihr super praxisnah, so ein bisschen zwischen der Ausbildung und einem klassischen Studium. Und habt halt auch direkt die Technologien, die dieses Unternehmen dann auch anwenden möchte. Und die FHDW bietet hier eine Kooperation direkt mit riesigen Haufen an Unternehmen an. Ich scroll hier mal ganz kurz durch, vorlesen, dürfte klar sein, das ist einfach zu viel. Ähm, also ihr seht, das ist schon sehr, sehr flexibel möglich. Und ihr könnt zum Januar anfangen, ähm, auch wenn es komisch sich anhört, das ist das Sommersemester. Also das Sommersemester 2022, da kann man tatsächlich auch mit dem Studium anfangen, falls es euch für letztes Wintersemester nicht gereicht hat. Ähm, ist eine ziemlich coole Hochschule eigentlich. Ähm, bietet allerdings als Fachhochschule der Wirtschaft erstmal natürlich einen Wirtschaftsbezug. Das heißt Wirtschaftsinformatik oder angewandte Informatik. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie IT-fern ist oder sowas. Denn wenn man sich das nur mal genau anguckt, dann haben wir hier relativ viel mit IT eigentlich drin. Das ist schon ein Informatikstudium, also lasst euch da nicht davon trollen, dass es die Fachhochschule der Wirtschaft ist. Ähm, wir haben hier einmal angewandte Informatik, Business Process Management. Da sieht man das Business ein bisschen dran. Aber wir haben auch Cybersecurity, wir haben Data Science. Das sind so zwei richtig harte IT-Informatik-Themen, wobei Cybersecurity auch sehr viel mit Management immer zu tun hat. Wir haben IT-Consulting, wir haben Mobile Computing und wir haben Software Engineering. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, und ihr könnt euch da definitiv mal kurz reingucken und einfach mal die Infos anfordern. Das kostet euch überhaupt nichts. Ihr habt einen Studienberater, der euch da nochmal vielleicht weiterhilft. Vielleicht sagen die euch auch, ey, du solltest definitiv nicht an der Fachhochschule studieren, sondern viel, viel besser an der Uni aufgehoben sein, wenn du danach mega in die Forschung möchtest oder sowas. Also fragt da definitiv gerne nochmal an. Ähm, denn ja, sich abzuchecken und was man eigentlich machen möchte, das ist halt für einen Beruf, finde ich, super, super wichtig. Lasst uns damit aber ganz kurz zu unserer Challenge für heute kommen, die ihr selbstverständlich auch gerne machen könnt. Und wenn ihr wollt, der Erste, der mir diese Challenge natürlich einreicht, der bekommt auch seine Coins, ja. Ihr könnt mir auch gerne alte Challenges schicken, wenn die so aufbereitet sind, dass wir sie relativ easy einpflegen können. Wie gesagt, alle Informationen, wie ihr das Ganze mir schicken sollt, das bitte gerne unten in der Beschreibung mal kurz nachvollziehen. Und zwar, ähm, was die heutige Challenge ist, ähm, ist der Subset Generator. So habe ich ihn einfach mal genannt. Es geht darum, aus einer Menge von Zahlen, wo wir gerade bei Mathematik im Studium sind, ne, eine Menge von Zahlen, also zum Beispiel eine List in diesem Fall, hat immer Untermengen, ja. Eine Menge bedeutet erstmal grundlegend erstmal eigentlich theoretisch sogar ein Set und jede Zahl ist da einmal drin. Eine Untermenge davon ist eine Teilmenge von diesem ganzen Ding. Das heißt, ähm, zum Beispiel die leere Menge, die leere Liste ist eine Teilmenge von dieser Liste hier. Aber auch die Liste mit nur einem Element drin, zum Beispiel der 1, 2 oder 3, ist eine Teilmenge von dem, weil eben ein Element davon vorkommt. Ähm, 4 natürlich nicht. 1, 2 wiederum ist auch eine Teilmenge. 1, 3 ist eine Teilmenge. 2, 3 ist eine Teilmenge. Das sind echte Untermengen oder Teilmengen von 1, 2, 3. Und das hier ist einfach die Menge selber, was technisch gesehen auch eine Untermenge ist, weil sie steckt ja schon hier drin. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, das Ganze zu berechnen. Mathematisch gesehen, ähm, ist das ein bisschen einfacher. Praktisch gesehen ist es allerdings gar nicht so einfach, weil die Laufzeit hier uns relativ schnell einen Strich durch die Rechnung macht. Aber, was weiß ich schon von Laufzeiten? Wir wollen hier eigentlich nur relativ schnell, ähm, diese Liste aus Listen generieren und natürlich für eine angemessene Anzahl an Zahlen hier. Also jetzt nichts irgendwas, was komplett, ähm, zu viel Laufzeit nehmen würde. Okay. Also, sagen wir mal, wir wollen hier so ein Result basteln. Dann würde ich hier erstmal ein Res schreiben. Und zwar ist das eine Liste aus Listen. Das wissen wir ja hier unten. So. Die leere Liste, warum habe ich die hier schon reingepackt? Naja, ganz einfach, weil die ist immer drin. Selbst wenn ich hier keine Zahlen drin habe, ist die leere Liste oder die leere Menge eine Teilmenge von jeder Menge eigentlich auch. Also, die ist immer drin. Okay. Ähm, jetzt muss ich natürlich hier die Zahlen durchgehen, die in meinem Nums drinstehen. Das heißt, for n in Nums. Also, für jede meiner Zahlen möchte ich etwas tun. Naja, ich kann ja schon mal jede meiner Zahlen da eigentlich reinpacken, oder? Ja, kann ich machen. Ähm, und kann hier einfach sagen, Result, also Res.append, die Liste an Ns. So. Und, ja, jetzt habe ich die erste Teilmenge. Was mache ich jetzt mit dieser ersten Teilmenge? Naja, ich return am Ende erstmal Res und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Okay. Also, wir haben das hier fertig und da fehlt jetzt offensichtlich noch alles, was hier hinten drin steht. Übrigens, Reihenfolge ist hier bei einem Set nicht wichtig. Ein Set oder eine Menge an Zahlen kennt erstmal keine Reihenfolge in dem Sinne. Gut. Aber da fehlt ja jetzt noch relativ viel. Und da fehlt im Endeffekt genau alles, was ich aus diesen Mengen hier kombinieren kann. Oder nicht? Das heißt, 1, 2, äh, 1, 3, 2, 3 und 1, 2, 3. Also, was mache ich? Naja, ich nehme mir jede Menge in meinem Res hier drin und kombiniere mir die wieder hier rein in mein Res. Cool. Also, wie mache ich das? Okay, also, wir fangen erstmal an und machen hier ein Temp, eine Temp-Liste und da sollen quasi alle 9 Mengen für jede Zahl hier drin vorkommen. Okay? Und was wir jetzt machen ist, wir laufen durch unser Res hier durch und kombinieren die alle, wie wir sie brauchen können. Das heißt, für jedes R in meinem Res, also für jedes bisherige Ergebnis, kombiniere ich alles, was ich bisher habe. Also, ähm, sagen wir hier Temp.append, naja, was soll rein? Das Element selber muss natürlich auch wieder rein und es muss selbstverständlich auch noch, und es muss selbstverständlich auch noch Temp.append, alles, was wir bisher drin haben, also quasi das R. Ähm, und ja, da können auch mehrere Elemente drin sein. Das heißt, ich packe hier mal das R aus. Ich nehme mir sozusagen, wenn ich 1, 2 habe, packe ich das aus und stecke hier einfach die Zahlen 1 und 2 rein und anschließend nehme ich noch meine neue Zahl n und stecke die hier auch rein. Cool. Ja, damit habe ich sozusagen schon alles, was hier drin ist. Warum brauche ich jetzt hier nur ein Sternchen R und mein R selber wieder? Naja, grundsätzlich stecke ich jetzt ja hier, achso, erstmal hier unten noch fertig machen. Res setzen wir dann selbstverständlich auf Temp. So, ähm, was genau habe ich jetzt hier gemacht? Naja, grundsätzlich habe ich erstmal gesagt, alles, was bisher drin ist, bleibt da bitte drin. Also jedes Ding. Am Anfang nur die leere Liste. Und dann habe ich gesagt, wir kombinieren alles, was wir drin haben, einmal bitte mit diesem, äh, mit diesem R, was wir da schon hatten. Okay, äh, das sieht so aus, dass ich hier meine leere Liste zum Beispiel auspacke. Ist nichts drin, deswegen macht's nichts. Und dann stecke ich mein neues Element namens n auch noch in diese Liste. Das heißt, die leere Liste kombiniert mit 1 wäre dann eben eine Liste aus diesen zwei Elementen. Cool. Jetzt, was mache ich noch hier drin? Naja, ich stecke hier meine nächste Zahl rein, das heißt die 2, und kombiniere die 2 mit meiner leeren Liste. Okay, damit kriege ich die 2 hier rein. Cool. Und ich kriege aber gleichzeitig noch eine Kombination aus allem, was davor ist. Das heißt, nicht nur die leere Liste, sondern auch 1, 2. Okay. Damit habe ich auch 1, 2 schon drin. Und dann kommt die 3 noch dazu, und hier kombiniere ich alles, was die 3 enthält. Also, 3 mit der leeren Liste, das gibt meine 3. 3 mit der 1, das gibt 1, 3. 3 mit der 2, das gibt die 2, 3. Und 3 mit der 1, 2, das gibt das 1, 2, 3. Und damit habe ich alle meine Subsets hierbei generiert. Und ja, natürlich ist die Reihenfolge jetzt ein kleines bisschen anders. Ich habe hier die 3, dann die 2, ähm, und dann die 2, 3. Dann die 1, dann die 1, 3. Und dann die 1, 2. Es macht aber nichts. Das ist völlig egal für uns, weil wir jetzt hier natürlich sagen, ähm, wir arbeiten mit Sets. Und die haben keine Reihenfolge in dem Sinne. So, jetzt, ähm, ganz kurz zusammengefasst, wie ist denn eigentlich unsere Laufzeit hiervon? Und die ist absolut furchtbar, natürlich, ähm, weil wir hier eine Vorschleife in einer Vorschleife haben. Und hiermit schon mal durch die kompletten Sachen durchiterieren. Grundsätzlich, wenn ich hier 3 Elemente drin habe, wie viele, ähm, wie viele Subsets hat denn sowas? Naja, das kann man sich relativ schnell angucken. Wir haben auf jeden Fall die leere Liste. Wir haben jedes Element einzeln. Das wäre schon mal die Länge der Liste, also n. Wir haben aber für jedes Element noch eine Kombination mit denen davor. Also sprich 1, 2, 1, 3, 2, 3 und 1, 2, 3. Und damit sind wir bei 8, ja. Und das steigert sich so weiter. Wir haben hier tatsächlich eine Unterliste, beziehungsweise eins. Aber wenn wir alle Subsets generieren wollen, haben wir eine Laufzeit von 2 hoch n. Ja, wo n natürlich die Länge der Liste hier ist. Das ist nicht gut. Ähm, das ist definitiv nicht gut. O von 2 hoch n ist so ziemlich die schlimmste Laufzeit, die man sich vorstellen kann. Aber wenn wir ja sogar 2 hoch n Elemente generieren wollen, ja. Dann können wir das nicht irgendwie verkürzen. Denn wir wollen ja 2 hoch n Elemente am Ende auch haben. Weniger ist ja gar nicht in unserem Interesse. Das heißt, wir können hier definitiv nicht irgendwie sagen, dass das weniger bitte werden soll. Und dann irgendwie plötzlich Pseudo sparen. Ja, alles in allem aber eine recht simple Challenge, würde ich mal behaupten. Wie schwer fandet ihr die? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Denn ich muss die natürlich dann auch irgendwo im Challenge-Interface für euch einordnen können. Das heißt, es wäre super hilfreich, wenn ihr mal da auch so eine grobe Einschätzung immer dazu schreibt. Alles klar. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Holt euch die Punkte und schaut definitiv bei der FHDW vorbei. Und dann war's das von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.